Wir haben heute Abend wieder die Outstanding Security Performance Awards in Berlin verliehen, die sogenannten OSPAS und das schon zum dritten Mal in Deutschland. Ich finde, es war erneut ersichtlich, dass wir hervorragende Leistungen sehen konnten. Wir hatten würdige Preisträger erlebt in den einzelnen Kategorien und wie immer war es ein besonderes Highlight mit 120 Teilnehmern, die Sicherheitspreise zu verleihen. Was man immer wieder feststellt ist, es sind bemerkenswerte Menschen unter uns. Im Sicherheitsbereich wird mit Leidenschaft und Teamgeist gearbeitet. Es werden neue technische Innovationen eingesetzt und es wird die Zusammenarbeit mit externen Partnern, wie beispielsweise mit den Sicherheitsbehörden, immer intensiver fortgesetzt. Ich finde in Summe ein rundum gelungener Abend. Wir haben jetzt die Gelegenheit, anschließend noch mit den Teilnehmern ein wenig zu feiern und das wollen wir auch gerne tun. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020